Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe ja schon mal einen Teil gedreht von Fragen, die ich selber nie so oft beantworte und ungern beantworte. Und das kam so gut bei euch an, dass ich einfach dachte, ich mache nochmal einen zweiten Teil und der kommt jetzt. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und wir legen auch direkt los. Ja genau, also in diesem Video kommen also Fragen, die ich einfach nicht so gerne beantworte, beziehungsweise einfach, die ich sehr, sehr gerne überlese mit Absicht. Ja, ich dachte einfach, ich möchte ein bisschen offener zu euch sein und einige Sachen, die ich einfach noch nicht so beantwortet habe, einfach mal offenlegen und ich hoffe einfach, euch gefällt. Wie beim letzten Video auch, wenn ihr einen dritten Teil wollt, dann schreibt einfach mal eure Fragen unten in die Kommentare. Ich lese mir die alle durch. Auch jetzt gehe ich gleich nochmal das YouTube-Video durch vom letzten Mal und werde da auch einige Fragen aus den Kommentaren beantworten. Und genau, würde mich also freuen, wenn ihr da wieder richtig aktiv seid. Und wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Auf Instagram heißen wir Maggie mit 3e-yt für YouTube. Ich schreibe es euch aber hier nochmal hin. Genau, da folgen einfach täglich Storys, fast täglich Bilder von uns und unserer Familienleben. Auch ganz viel von der Baustelle. Also, falls ihr da Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir schnacken jetzt auch gar nicht mehr lange rum. Die erste Frage ist, müsst ihr Miete zahlen? Also, die Fragen kamen wirklich richtig oft. Und da habe ich auch noch nie so gedacht, okay, sollst du es jetzt preisgeben oder nicht? Für einige, die es noch nicht wissen, die das noch nicht so verfolgen, wir wohnen ja hier in einer selbstgebauten Wohnung. Und die Wohnung ist sozusagen in einem alten Kuhstall angrenzend an das Haus meiner Eltern. Also, meine Eltern haben das Bauernhaus zu dem Kuhstall und wir haben hier in dem Kuhstall eine eigene Wohnung gebaut. Genau, falls ihr da alles verfolgen wollt, verlinke ich euch mal hier oben die Playlist zu dem ganzen Bauvorhaben. Da seht ihr auch, wie das vorher aussah und so. Da könnt ihr einmal von 0 auf 100 alles angucken, wie es jetzt zu diesem hier geworden ist. Also, ich sitze hier gerade bei uns in einer neuen Wohnung. Ja, genau. Und die Frage ist natürlich, bezahlen wir Miete? Nein. Also, Miete bezahlen wir nicht. Es ist aber so, dass wir sehr großzügig, ähm, meinen Eltern natürlich Wasser, Strom, Gas, äh, alles, äh, bezahlen. Und das sehr großzügig und ein Teil davon soll eben so Miete sein, sozusagen. Also, so offiziell bezahlen wir keine Miete, äh, weil wir haben ja auch den ganzen Bau selber bezahlt. Also, im letzten Video habe ich euch ja auch offengelegt, was das bis jetzt gekostet hat. Und das haben wir alles komplett selber bezahlt und da hat mein Vater gesagt, okay, ihr bezahlt das und, äh, eure ganzen Nebenkosten und dafür müsst ihr keine Miete bezahlen. Genau, so haben wir das jetzt bis jetzt geregelt und bis jetzt klappt es auch einigermaßen ganz gut. Kann natürlich sein, dass meine Eltern irgendwann sagen, so, komm hier, bezahlt mal ein bisschen Miete mit, aber bis jetzt noch nicht. Dann die nächste Frage, ist das hier meine Naturhaarfarbe oder ist es gefärbt? Also, ich habe damals mal meine Haare gefärbt, da, ja, da habe ich sie immer so blond, so, so Straßenküterblond gemacht. Da war ich, ähm, das war noch vor der Schwangerschaft, dann wurde ich schwanger und habe das nicht mehr gemacht. Und jetzt stille ich ja auch noch, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Das heißt, das ist wirklich meine Naturhaarfarbe. Dann die nächste Frage, hältst du Lia noch ab? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben Lia mal eine Zeit lang abgehalten. Zum Thema Abhalten, googelt es am besten mal, also eine Kurzfassung ist, das Kind eben über einem Töpfchen oder dem Waschbecken oder der Toilette abzuhalten, dass es dann da ein Pipi macht oder eben das große Geschäft und eben nicht in die Windel sozusagen. Genau, das haben wir neben den Stoppwindeln gemacht, hat auch richtig gut geklappt. Jetzt halten wir nicht mehr ab, sondern jetzt ist es so, dass wir Lia immer wieder öfters aufs Töpfchen setzen schon. Und auch nicht mehr aufs Töpfchen so richtig, sondern schon auf die große Toilette. Wir haben nämlich so einen Einsatz extra mit Treppe, wo sie dann wirklich schon auf die richtige Toilette gehen kann. Und da setzen wir jetzt sie mehrmals täglich immer rauf. Wenn ich das Gefühl habe, okay, sie muss jetzt, manchmal hat man da so als Mama so ein kleines Gefühl dafür. Wenn ich das Gefühl habe, sie muss, dann springe ich auf, ziehe sie aus und setze sie eben auf die Toilette. Und zu 99% klappt es immer und das ist wirklich total toll. Gestern hatten wir einen kleinen Unfall, aber das passiert glaube ich mit jedem Kind, wenn man so anfängt langsam trocken zu werden. Ähm, ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Also nein, wir halten nicht mehr ab, sondern wir trainieren jetzt schon langsam die richtige Toilette. Heißt nicht, dass Lia jetzt so trocken werden soll. Aber ich denke, man kann damit nicht früh genug anfangen. Und sie ist jetzt ein Jahr alt, da kann man das schon langsam mal so ein bisschen proben. Oder? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin nämlich total unsicher noch. Ähm, aber wir haben halt eben diesen Toilettensitz jetzt gekauft und ich dachte, man kann es ja mal ausprobieren. Dann die nächste Frage, bist du schon mal in einem Flugzeug gesessen? Nein, tatsächlich bin ich noch nie geflogen. Ähm, ich würde es total gerne mal machen und wir haben auch schon so einige Urlaubsziele, wo wir das denn mal testen wollen, wie ich da so mich verhalte. Also ich bin total der Achterbahn-Mensch. Ich liebe Achterbahnfahren. Aber Felix sagt, es hat gar nichts mit Fliegen zu tun, weil er ist schon ganz, ganz oft geflogen und er hat so ein bisschen Flugangst. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie ich da bin. Also vielleicht habe ich auch total die Angst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich noch nie geflogen, aber wir haben es auf jeden Fall die nächste Zeit mal vor, wenn das Ganze mit Corona mal endlich vorbei ist. Dann die nächste Frage, stillst du noch? Und diese Frage beantworte ich super liebend gern mit einem Ja. Wir stillen tatsächlich noch. Auch die Kleine ist jetzt 13 Monate alt und wir stillen noch. Also es ist schon richtig wenig geworden. Also ich schätze immer so 3-4 Mal am Tag. Eigentlich immer nur zum Einschlafen, tatsächlich. Weil sonst isst sie immer das, was wir auch essen. Aber so zum Einschlafen braucht sie das noch total doll. Und ich weiß nicht, also viele geben ja die Flasche, ne? So nach dem 6. Monat füttern sie halt mit der Flasche. Aber ich denke mir immer, warum soll ich jetzt meinem Kind künstliche Milch geben, wenn ich doch selber noch Milch habe? Wisst ihr, was ich meine? Und außerdem ist das Gefühl auch total schön so. Ich weiß nicht, also ich glaube, stillende Mamas, die in dem gleichen Alter noch stillen, verstehen mich total. Andere verstehen mich vielleicht nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ist ja meine Entscheidung. Und ja, wir stillen noch. Es tut uns beiden total gut. Lia hat dadurch keine Nachteile. Ich habe dadurch keine Nachteile. Wir haben eigentlich nur Vorteile davon. Dann nächste Frage, Thema Zähne bei mir. Ihr wisst ja, oder einige wissen, ich habe vier Jahre lang eine feste Zahnspange getragen. Und davor zwei Jahre eine Lotz-Zahnspange. Und ich hatte total Probleme mit meinen Zähnen. Also meine Schneidezähne, die hingen irgendwo hier oben. Das war wirklich katastrophal. Also alle, die meine ganz, ganz alten Videos kennen, die wissen das wahrscheinlich auch noch. Genau, also das war wirklich ganz katastrophal. Und deswegen habe ich mich dann für eine feste Zahnspange entschieden. Das hat auch alles super geklappt. Ich habe Schmerz und Leid ertragen. Mir wurden vier Zähne gezogen. Und all so ein Blödsinn. Also ich bin froh, dass die jetzt letztes Jahr rauskamen. Im Mai letztes Jahr kamen sie raus endlich. Und der Zahn, oder mein Kippa-Lepid hat leider den Retainer, glaube ich, heißt das, vergessen. Ja, dadurch sind meine Zähne jetzt wieder ein bisschen schief geworden. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich bin einfach von dem Ergebnis trotzdem noch viel zufriedener als vorher. Also als es vorher war. Aber wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall darum. Mein Zahnarzt hat mir einfach empfohlen, ich soll nochmal zum Kiefer-Europäen gehen. Und dann, ja, mit einer losen Spange das nochmal versuchen. Oder eben so ein Draht nie einsetzen lassen. Dann wird die Tinde sich nicht weiter verschieben. Weil ich merke einfach, dass sie sich von Tag zu Tag einfach immer weiter verschieben. Obwohl es jetzt schon ein Jahr her ist. Aber sie verschieben sich immer noch. Und ich finde es einfach total schade, weil ich habe halt wirklich viel Energie da wirklich reingesteckt. Und auch Zeit. Ich meine, vier Jahre ist eine wirklich starke Zeit. Und, ja, wir schauen einfach mal. Es ist halt scheiße, dass sie sich wieder verschoben haben. Aber ich wusste halt auch nicht, was danach halt so kommt. Die haben halt einfach gesagt, ja, Zahnspange raus, das ist gut. Und ich dachte, ja, gut, perfekt. Dann habe ich jetzt wieder gerade Zähne. Und dann nach ein paar Wochen fing es dann auch schon an, dass sie sich wieder verschoben haben. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt um den Kieferorthopäen. Das möchte ich aber gerne nach der Corona-Zeit machen. Weil ich finde jetzt, weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht gut, wenn ich dann beim Pannan sitze. Und deswegen würde ich das gerne nach der Corona-Zeit in Angriff nehmen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob jemand da auch so Erfahrung hat. Ob der Kieferorthopäde es eventuell auch vergessen hat einfach. Ja, also schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin da super neugierig, weil ich da echt hoffe, dass ich nicht die Einzige bin. Dann die nächste Frage, finde ich eine komische Frage, aber ich dachte, ich nehme sie jetzt einfach mal rein. Und zwar, warum wolltest du so früh Mama werden? Also, einige wissen das ja, ich hatte schon sehr, sehr früh einen Kinderwunsch. Und ich verlinke euch jetzt einfach mal mein Video dazu. Ich habe nämlich ein Video über meine Vergangenheit gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Da könnt ihr da einfach mal vorbeischauen, warum das Ganze so war, wie meine Vergangenheit war. Ich habe richtig, richtig viel Scheiße erlebt, Leute. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn euch das interessiert. Ja, aber da erzähle ich wirklich alles. Komplett sehr emotional und wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß bei dir. Dann die nächste Frage, beziehungsweise eher so, ja, eine kleine Anmerkung. Du warst so aktiv in Mamaforen, zum Beispiel auf Facebook, und sagst, das Kind war nicht geplant. Wie stehst du jetzt dazu? Also, es war kurz nach der Schwangerschaftsbekanntgabe war es ein riesengroßes Eklat. Maggie hat gelogen, Maggie hat gelogen, das Kind war geplant, bla bla bla. Ich habe da schon mal ein Statement zugegeben. Das verlinke ich euch auch gerne mal. Oh Gott, das wird eine Videosuche. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ich hoffe, ich vergesse kein Video. Wenn ich irgendwas vergesse, hier zu verlinken, schaute ich mir gerne nochmal in die Kommentare. Ruhige das gerne nochmal nach. Ähm, ich habe dazu schon mal ein Statement gegeben. Tatsächlich muss ich ein neues vergeben. Ich muss ein neues Statement dazu machen. Und das möchte ich auch sehr gerne. Das Ganze folgt aber in einem nächsten Video, weil ich habe da ein bisschen was Größeres geplant. Das würde hier einfach den kompletten Raum sprengen. Und, äh, genau. Das kommt aber auch die nächsten Tage online. Das drehe ich jetzt, wenn ich schaffe, sogar direkt im Anschluss. Ich hoffe, die Kleine schlägt noch ein bisschen. Und, äh, genau. Also, da kommt ein Video. Ja, dann die nächste Frage. Kann es sein, dass ihr einen Welpen bekommen habt? Äh, ja. Also, tatsächlich muss ich jetzt mal sagen, ich habe das wirklich so lange geheim gehalten, ähm, dass der Welp ja schon fast wieder ausgezogen ist. Ja, wir haben einen Welpen bekommen. Ähm, und zwar mein Nazco ist Papa geworden. Das Ganze war super ungeplant und einfach so schusselig, wirklich. Also, mein Nazco hatte ja eine ganz große Not-OP. Da habe ich euch ja auch einen Vlog zu gemacht. Und, ähm, alle dachten, ach, es wäre halt einfach nur diese Not-OP gewesen. Und schlussendlich kam dabei ein super süßes Hündchen heraus. Also, wir haben eine kleine Hündin bekommen. Die hat auch schon eine Mama, wie gesagt. Die Mama freut sich ganz doll. Und die Kleine zieht jetzt auch schon in einer Woche aus. Also, sie ist schon sehr, sehr lange bei uns. Äh, und, äh, ich habe es einfach, wie gesagt, geheim gehalten, weil ich echt keine Lust auf diese ganzen Kommentare habe. Und, ähm, ja, ich sage es jetzt trotzdem einfach, weil ich den Hund auch einfach so niedlich finde, dass ich ihr euch auf jeden Fall auch zeigen möchte. Also, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich denke, ich werde da jetzt auch mal diesen Tag mal ein paar Fotos hochladen, weil die ist wirklich zuckersüß. Ähm, sieht genau aus wie der Papa. Also, wie mein Nazco. Ja, also, ja, wir haben ein Welpen bekommen. Wie gesagt, total ungeplant und total schusselig. Und, äh, absolut ungewollt. Wirklich absolut ungewollt. Aber der kleine Maus geht super. Wie gesagt, sie hat auch schon eine neue Mama. Die freut sich auch schon ganz, ganz doll. Die Kleine trägt den Namen Genie. Hat die Mama schon ausgesucht. Und zieht, wie gesagt, schon in einer Woche bei uns wieder aus. Dann die nächste Frage. Und ich würde sagen, auch letzte Frage, bevor wir dann zu den YouTube-Videos, äh, zu den YouTube-Kommentaren kommen. Weil ich bin jetzt hier immer noch bei Instagram aktiv und habe hier die Instagram-Fragen. Aber ich denke, wir machen jetzt die einen noch. Und dann holte ich ganz schnell zu YouTube und schaue mal, was da noch so für Fragen sind. Die Frage lautet, gibt es Situationen, wo du denkst, dass es ohne Kind besser bzw. einfacher wäre? Tatsächlich ist es, gibt es ganz viele Situationen, wo es ohne Kind natürlich einfacher wäre. Einkaufen gehen ohne Kind ist viel einfacher. Autofahren, Lia ist ein absolutes Schreikind, was Autofahren angeht, ist viel einfacher ohne Kind. Ähm, Haushalt machen, es ist so viel einfacher als ohne Kind. Natürlich, weil man einfach nicht die ganze Zeit ein Baby am Bein hat, was die ganze Zeit hoch will und dir eventuell manchmal sogar ins Bein beißt, wenn du sie nicht rechtzeitig hochnimmst. Ähm, aber ich sage jetzt nicht, dass ich das bereue. Also, klar, manchmal ist es schön, wenn ich es dir runter zu meinen Eltern geben kann und dann sage, okay, kurz, du hast fünf Minuten kurz Zeit, die Küche zu putzen oder die Geschirrspelmitte auszuräumen oder das Klo mal in Ruhe zu putzen. Ähm, aber dennoch reichen mir diese fünf Minuten, um dann zu sagen, okay, ich brauche sie jetzt wieder. Also, es geht nicht. Ich muss jetzt Lia wiedersehen und, äh, ja. Aber ich glaube, so fühlt sich jede Mama. Also, klar, es wäre immer schön, wenn man in Ruhe duschen kann, aber es ist auch schön, mit der Kleinen zusammenzubaden. Ja, so ist es halt als Mama. Es gibt schöne Seiten, es gibt nicht so schöne Seiten. Man wird vollgekotzt, man wird vollgeschissen und gleichzeitig lacht dich dieses kleine, süße Mäuschen an und du denkst, oh Gott, und das ist aus mir entstanden, zu sagen, einfach total toll. Ja, also ich bereue gar nichts, wirklich null. Ähm, und würde es immer wieder machen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde immer wieder so Jungmama werden. So, und jetzt, wie gesagt, pushen wir kurz zu YouTube, zu den Videos, äh, zu den Kommentaren. Warum sage ich immer Video? Also, ganz ehrlich zu den Kommentaren bei YouTube. Ähm, da kamen auch wirklich total viele und ganz viele haben mir auch geschrieben, als ich das auf Instagram geteilt habe, dass ich noch einen zweiten Teil mache, haben sie gesagt, äh, schau unbedingt bei dem Video vorbei, ähm, weil die da ganz fleißig kommentiert haben. Und, äh, genau, das machen wir jetzt. Oh, 130 Kommentare sind sogar. Also, ich, äh, ja, bin gespannt. Hier hat einer ganz, ganz viele Fragen geschrieben. Und zwar, warum war dein Wunschgeschlecht die Junge? Also, eigentlich wissen wir es, glaube ich, am Anfang, äh, als ich ganz frisch schwanger war, habe ich mir einen Jungen gewünscht. Einfach, weil ich vorab auch schon immer so gedacht habe, ich bin voll die Jungsmama. Aber tatsächlich, jetzt habe ich Lia. Ich habe mich auch bei der Geschlechtsverkündung super gefreut über ein Mädchen und war danach total auf Mädchen getrimmt. Also, ich war kein Stückchen traurig. Ich war, äh, mega happy wirklich, dass ich ein Mädchen kriege. Und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, die Junge zu kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mein nächstes Wunschgeschlecht ist auch tatsächlich wieder ein Mädchen. Ähm, es ist natürlich scheißegal. Also, ganz ehrlich, hauptsächlich gesund. Ähm, aber mein Wunschgeschlecht wäre jetzt tatsächlich wieder ein Mädchen, weil ich jetzt einfach voll die Mädchenmama bin. Aber vielleicht, wenn ich jung bin, bin ich dann auch voll die Jungsmama. Also, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Aber, ähm, ich freue mich über beides. Also, ich... Mir ist es wirklich völlig egal. Dann die nächste Frage. Ähm, nimmt Felix aktiv an der Erziehung teil? Er arbeitet hier so viel. Also, tatsächlich hat Felix eine ganz normale, Gott, 40-Stunden-Woche, glaube ich, sogar gar nicht, weil er ja, ähm, eine leitende Kraft ist. Arbeitet er ein bisschen mehr als so normal. Ähm, trotzdem ist er abends da und auch morgens noch. Also, Lia steht immer vor Felix auf und, äh, schlägt auch erst, nachdem er von der Arbeit wieder gekommen ist. Ähm, und am Wochenende, am Samstag hat er den halben Tag frei. Da ist er da. Am Mittwoch hat er immer frei. Da ist er auch den ganzen Tag da. Und am Sonntag ist er, wie gesagt, da. Ähm, also, ja. Es ist, äh... Ähm, er nimmt relativ viel an der Erziehung teil. Also, wenn es wirklich so um Erziehung geht, dann, äh, hat er auch ein Wörtchen mitzureden. Also, er besteht dann auch sozusagen so auf sein Recht oder beziehungsweise so sprechen wir dann immer drüber, wie wollen wir das jetzt regeln, wenn Lia zum Beispiel irgendwas macht, wo wir sagen, okay, das geht nicht oder sie soll das lieber so und so lernen. Dann sprechen wir da drüber und er nimmt schon wirklich aktiv an der Erziehung teil. Wir teilen uns das sozusagen. Tatsächlich muss ich jetzt sagen, dass die Fragen eigentlich, äh, fast dieselben sind, die ich gerade beantwortet habe. Ähm, ja. Ich, äh, habe eigentlich keine Fragen mehr hier, die ich nicht beantwortet habe schon. Ähm, ja. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen in dem Sinne. Ne? Also, wir haben keine Fragen mehr. Ich, äh, würde super gerne noch einen dritten Teil machen, weil ich das einfach total toll finde, euch so Fragen zu beantworten, die halt einfach auch so ein bisschen unangenehm sind. Ähm, weil ich habe einfach auch nichts davon, wenn ich irgendwas vor allem liese. Ich beantworte euch so viele Fragen super gerne und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!